Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Herr Rosberg, Gruß von meiner Frau. Großer Fehl. Danke schön. Bitte schön. Hallo, guten Morgen. Ja, ganz toller Empfang hier in Sindelfingen. Und man sieht halt auch einfach, dass alle mitfiebern mit uns und alle begeistert sind von unserem Erfolg jetzt. Und das ist halt schön, das zu sehen, auf jeden Fall. Ja, natürlich, ja. Ich fühle mich, als ob ich zu Hause bin. Ja! Man zeigt, wenn man so an seinen Rennwochenenden nur über den Motorsport nachdenkt, dass es einfach noch viel mehr Technologie, noch viel mehr Innovationen in der Firma gibt. Das ist einfach beeindruckend. Fahrten. Ja, es war ein Freude. Es ist gut zu sehen, dass alle. Es ist motivierend. Für sie und für uns. Ich hoffe. Ja, es ist gut zu sehen, dass die Leute hier sind. Es ist gut, wenn es nicht so gut ist, dass die Leute immer rauskommen. Es ist gut zu sehen. Vielen Dank. Es ist gut zu sehen, wenn es nicht so gut ist. Es ist gut zu sehen, dass wir uns an den Pixie zu haben.